Hallo und herzlich willkommen zu Folge 82 des Podcasts Mutmachgespräche – Geschichten vom Leben und anderen Katastrophen. Mein Name ist Franziska Ivanov. Ich arbeite seit gut zwölf Jahren als systemischer Coach in Regensburg und unterstütze Menschen dabei, ihren Herausforderungen mit möglichst viel Klarheit, Selbstbewusstsein und Gelassenheit zu begegnen. In diesem Podcast gibt es immer im Wechsel ein Mutmachgespräch und eine Erklärbärfolge. In den Mutmachgesprächen habe ich Gäste, die mir von verschiedenen Krisen aus ihrem Leben berichten und vor allem davon erzählen, was ihnen dabei geholfen hat, diese Krisen zu meistern und an ihnen zu wachsen. In den dazugehörigen Erklärbärfolgen suchen meine Freundin Sophie und ich dann ein, zwei Aspekte aus dem jeweiligen Gespräch heraus, beleuchten Hintergründe und vertiefen das Thema. Für diese Folge hat mir Dieter einen Teil seiner Lebensgeschichte erzählt. Er wuchs in einer Familie auf, in der materiell für alles gesorgt war, aber in der es an Liebe und Wärme fehlte. Als Erwachsener, als er längst selbst Ehemann und Vater war, erkannte Dieter, dass seine Suche nach Anerkennung, seinen Hang die eigenen Bedürfnisse zurückzustellen, seine oft große Unsicherheit, Folgen der Gewalt und fehlenden Annahme in seiner Kindheit waren. Im heutigen Gespräch nimmt er uns mit in seiner Vergangenheit und erzählt, was ihm seit dieser Erkenntnis alles dabei geholfen hat, sich mehr und mehr aus den alten Mustern zu lösen. Habt viel Freude beim Anhören! Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Mutmachgespräche. Mir gegenüber sitzt ein etwas nervöser Gast. Hallo. Ich freue mich voll, dass du da bist. Der liebe Dieter ist heute da, herzlich willkommen. Magst du was von dir erzählen, dich kurz vorstellen? Jo, also wir kennen uns ja schon länger, circa zehn Jahre. Ich bin 56 Jahre, was soll ich noch dazu sagen? Das war damals die Zeit, kurz nach meiner Scheidung, da ist mir eigentlich relativ schlecht gegangen und dann habe ich gedacht, ich muss was machen für meine Psyche und so genau, so bin ich zu dir gekommen. Und seit zehn Jahren treu. Da siehst du mal, in zehn Jahren ist es weitergegangen. Das stimmt überhaupt nicht. Ihr Lieben, ich muss jetzt gleich mal zu unserer Beiderverteidigung sagen. Du bist irgendwann gekommen, wir haben erstmal autogenes Training gemacht. Genau. Stimmt es ein bisschen für die Entspannung? Und sehen uns jetzt, sodann es Corona wieder zulässt, bei Aufstellungen. Genau. Wo du ein fleißiger Stellvertreter bist. Ist ja jetzt nicht so, dass die Leute denken, du sitzt jede Woche hier und weinst. Nee, 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 nee. Ja, mit dem Weinen habe ich es eigentlich nicht so. Was manchmal ein bisschen schade ist. Ja, aber das ist halt so eine Prägung oder sowas, dass das halt, also wenn ich ein bisschen Tränen in den Augen habe, dann ist das schon viel. Und waren es die Zwiebeln? Nein, es geht auch so. Aber wir sind schon mitten im Thema quasi, ne? Erzähl mal bitte unserem Zuhörenden, was du mitgebracht hast. Ja, ich habe das, was sehr viele haben, einen frühkindlichen Liebesmangel. Also meine Eltern waren einfach nicht in der Lage, mir das zu geben an Liebe oder an Reflexion oder an Spiegelung, wie man es auch immer nennen will, was du als Kind eigentlich gebraucht hättest. Und jetzt ist man als Kind natürlich hundertprozentig auf die Eltern angewiesen und man geht davon aus, die Eltern sind die weltbesten Eltern auf der ganzen Welt und dieser Mangel fällt einem eigentlich überhaupt nicht auf. Aber er hat natürlich Auswirkungen. Ja, voll. Und ich freue mich so, dass du dich gemeldet hast und gesagt hast, du wärst bereit, darüber zu sprechen. Ja, finde ich momentan auch keine gute Idee. Ja, ich musste schon ein bisschen streng sein und gesagt, wir nehmen es jetzt aus. Und wenn du es dann doch bereust, können wir es wieder löschen. Aber das richte ich auch gleich mal an euch, falls ihr überlegt, auch mal eine Aufnahme zu machen. Das gehört dazu, das geht allen so. Sie vorher denken, ach, meine Geschichte ist doch nicht so relevant oder ich mag doch nicht so viel erzählen. Aber wir hätten keine Mutmachgespräche, wenn dem alle nachgeben würden. Deswegen lasst uns einfach probieren. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du das Thema mitbringst, dass du es teilst. Weil wie du sagst, das geht ja tatsächlich den allermeisten so. Nicht, dass es jetzt hier nur schlechte Eltern gibt oder so, aber Eltern sind halt Menschen. Ja, und das ist, wie willst du als, ich habe ja selber zwei Kinder, wie willst du als Eltern deinen Kindern genau das geben, was sie im Moment gebraucht haben? Du bist ja kein Hellseher. Das geht einfach nicht. Es gibt kein Handbuch, keine Bedienungsanleitung zum Baby dazu. Ich habe mich bei meinen Kindern schon entschuldigt für die schlechte Erziehung. Was haben sie dann zugesagt? Die haben sie hingenommen. Wie alt sind deine Kids jetzt? 19 und 23. Gut, dann leg mal los. Erzählst du erst mal ein bisschen, wie du aufgewachsen bist? Ja, das war eigentlich eine Vorzeigefamilie. Also ganz klassisch, mein Vater ist Leitner Beamter gewesen, hat gut verdient, also Geld war bei uns nie ein Thema. Meine Mutter war zu Hause, hat uns zwei, also ich habe noch einen ein Jahr älteren Bruder erzogen, hat sich nebenher noch um irgendwelche gemeinnützige Sachen gekümmert, warst du für einen Kinderschutzbund engagiert. Und in der Schule hat es dann auch mal so eine Pausenaufsicht oder eine Bibliotheksaufsicht gemacht. War natürlich irgendwie scheiße für einen Schüler. Ja, aber von außen gesehen wirklich die perfekte Familie. Deine Eltern waren zusammen. Bis zum Schluss, also meine Mutter ist gut, hat es auch schon eine etliche Zeit, da war ich 25 an Krebs gestorben. Mein Vater vor 15 Jahren hätte es auch schon, ja. Wie war so das Verhältnis zu deinem Bruder? Ich würde nur sagen, das war so eine Notgemeinschaft. Also wir hatten sehr viel Druck von den Eltern, ich muss sagen, nicht Eltern, sondern von der Mutter. Mein Vater war zwar immer anwesend, aber in meiner Erinnerung spielt er keine Rolle. Er war physisch anwesend, aber hat in der Erziehung keine Rolle gespielt. Ja, auch ganz klassisch. Ja, ganz klassisch. Also mein Vater hat seinen Beruf gemacht und hat daheim alles abgegeben, was irgendwo mit Verantwortung zu tun hat. Also mein Vater hat es so mit der Verantwortung eh nicht so gehabt. Da war er ganz dankbar dafür, dass er eine Frau gefunden hat, die ihm das abgenommen hat. Meine Mutter war aber dann glücklich darüber, also das muss man natürlich auch sagen dazu. Also die hätte ganz gerne einen Partner gehabt. Sie hätte es sich anders gewünscht? Ja, ganz anders. Und das hast du als Kind schon bewusst mitgekriegt? Nein. Oder ist das die Rückschau jetzt? Nein, 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 das ist erst viel später, glaube ich. Also ich mache da so eine Methode, da stellst du dich praktisch selber in diese Figuren von deiner Familie auf und da wird dir das schon, da wird dir so manches bewusst. Lass uns da nachher nochmal drauf zurückkommen. Das kannst du ausführlich erklären. Also wo es von meinem Vater herkommt, dass der sich überhaupt nicht so richtig engagieren hat können und auch, man muss sagen, die ganze Familie ist eigentlich emotionsarm. Wenn mein Vater mir seine Liebe gezeigt hat, also auch gerade später, dann hat er gesagt, Sohn, hast du Hunger, brauchst du Geld? Dann habe ich gewusst, damit meint er, ich liebe dich. Auch aus der Rückschau? Oder war dir das dann irgendwann… Ja, das ist da dann schon irgendwie klar, das war ja dann eigentlich auch die spätere Zeit. Also ich habe, wie gesagt, ich habe ganz, ganz wenig erinnert. Ich weiß zwar, dass er immer da war, aber er hat nicht agiert in der Familie. Also ich weiß, dass er da war, aber vollkommen ungreifbar. Also das ist ganz komisch irgendwie. Ich weiß, was du meinst, geht mir auch so. Wenn ich mich erinnere, findet mein Vater statt im Urlaub, wenn wir zu viert im Urlaub waren, aber so im Alltag, der muss ja auch ab und zu da gewesen sein, aber es ist, als wäre der nie dabei gewesen. Also mein Vater hat jetzt auch keine Hobbys gehabt, der ist jetzt nicht irgendwie zum Stammtisch gegangen oder sonst irgendwas oder zum Kartenspielen oder zum Schachspielen oder sonst irgendwas, sondern der war immer zu Hause. Und trotzdem ist er bei mir nicht anwesend. Faszinierend. Hast du da mit deinem Bruder mal drüber geredet, wie der das wahrgenommen hat? Nein, haben wir nicht geredet, aber ich glaube, dass mein Bruder das anders wahrnimmt, weil mein Bruder mit meinem Vater ab und zu was gemacht hat. Und du nicht? Oder ist das ausgeblendet? Ich war ja dafür da, die Mutter zu versorgen. sondern eher ein Vater. Ah, okay. Ja, das wissen wir noch nicht. Leg mal los. Naja, also wie soll ich denn sagen? Also meine Mutter, der Mangel, den ich habe, ist ja, dass ich zu wenig gespiegelt worden bin als Kind. Das hat natürlich Gründe in meiner Mutter. Meine Mutter hat halt auch eine Mutter gehabt, die in dieser Richtung, wie sagt man, da veranlagt? Na, veranlagt sich ja nicht. Also irgendwo gehandelt hat. Die sie auch nicht konnte? Nein, die überhaupt nicht. Erklär mal kurz, was du mit gespiegelt meinst, weil das ist wieder so aus unserer Blase so ein Wort. Ja, dass du gesehen wirst, dass deine Bedürfnisse gesehen werden. Ich habe immer so den Eindruck, ich habe alles bekommen, aber es war nicht für mich, sondern nur Kind zwei kriegt jetzt alles. Es ging nicht um mich, weißt du schon, es ging halt, das Kind ist versorgt worden mit den ganzen Sachen, es hat die Fähigkeiten zu erwerben gehabt, ob sie sich dafür interessiert hat oder nicht. Das bin ich überhaupt nicht gefragt worden. Vom Hintergrund muss man natürlich sagen, also dieser weibliche Teil, beziehungsweise dieser Teil der Familie, der von meiner Mutter herkommt, die ist schon, sagen wir mal, sehr rechtslastig. Also meine Großmutter war, bis zu ihrem letzten Tag, war die Nazi. Überzeugte. Total, total überzeugt. Und es gibt ja bei den Nazis diese schwarze Pädagogik, über was du relativ wenig findest. Da hat es die eine, die dieses berühmte Buch geschrieben hat, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Und dieses Buch ist später noch als Lehrbuch hergenommen worden, nach dem Zweiten Weltkrieg. Da hat es dann bloß noch die Mutter und ihr erstes Kind gekostet für die Hauswirtschaftlerin. Und meine Mutter hat ja Hauswirtschaft gelernt. Krass. Ich habe das im Kopf. Ich habe mich damit mal beschäftigt. Aber vielleicht ist das was für die erklärbare Erfolge dann, schwarze Pädagogik. Ja, ja. Ich habe versucht, mich damit zu beschäftigen. Du findest wahnsinnig wenig darüber. Das ist relativ schwierig, ne? Brutal schwierig, ja, ja. Also ich habe wirklich kein richtig gutes Buch darüber gefunden. Grundlegend muss man sagen, schwarze Pädagogik. Grundlage ist, das Kind, wenn es schreit, dann will es bloß die Mutter dominieren. Und die Mutter soll also nicht hingehen und das Kind ausschreien lassen, weil sonst ist er das der große Diktator, das Kind. Genau. Kinder manipulieren, die meinen, es ist böse. Genau. Und man darf sich nicht manipulieren lassen. Und naja, vielleicht ist das Kind halt, wenn es aufhört, denkt sich nicht, gut, es hat nicht funktioniert, meine Mutter zu manipulieren, sondern scheiße, meine Bedürfnisse oder ich bin nicht gesehen worden, meine Bedürfnisse sind nicht erfüllt worden. Also es resigniert. Es gibt auch irgendwann. Es resigniert nur, ja, natürlich, klar. Und das Gefühl habe ich auch in mir. Und ich habe auch ganz genau das Gefühl in mir, dass ich eigentlich nicht verstanden habe, warum ich nicht geliebt werde. Was ja auch was ganz Typisches ist, dass Kinder das erstmal immer auf sich beziehen. Ja, natürlich. Und gar nicht auf die Idee kommen, dass den Eltern da die Fähigkeit fehlt. Ja, das ist, da kommst du dann irgendwann mal in 50 drauf. Ja. Ja, ja. Und wenn du sagst, die Familie war emotionsarm, meinst du, die haben selber keinen Kontakt zu ihren Gefühlen gehabt oder die nur nicht ausdrücken können? Schon keinen Kontakt. Also die haben selber ihre Gefühle gar nicht erst wahrgenommen? Ja, ja. Weil manche fühlen ja ganz viel und denen fehlt aber die Sprache, die können es nicht ausdrücken. Also ich erlebe es bei meinem Bruder zum Beispiel, bei meinem Bruder, für den sind Emotionen und was Negatives und das hat nicht, das fühlt man nicht. Das ist scheiße, wenn man das fühlt. Weg damit. Weg damit. Das funktioniert halt nicht. Emotion ist ja nichts Gutes, nichts Schlechtes. Das ist erst einmal da. Und eine Emotion will auch gefühlt werden. Und wenn du die Emotion nicht fühlst, dann kommt die immer wieder. Und je öfter das du nicht fühlst, desto stärker kommt sie. Dann musst du stärker unterdrücken. Das sind deine Kellerkinder. Genau. Und welche Gefühle haben dich dann durch die Kindheit begleitet? Also dass du nicht gesehen wirst, dass dich keiner fragt? Nein, nein. Es war eigentlich ganz anders. Irgendwann einmal nimmst du halt Kontakt zu anderen Menschen auf. Also ich war ein ziemlicher Einzelgänger, lange Zeit. Und das ist dann besser geworden, sagen wir so, Ende der Pubertät. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich mit 16 und man liest, hat dann auch irgendwelche Bücher, weißt du, in Fromm zum Beispiel. Und man denkt, Emotionen? Ich habe da gar keine Emotionen. Ja, ohne Schlecht. Ja, ja, dein Blick ist geil. Was ist das? Emotionen, sowas habe ich nicht. Aber mir ist das durchaus als Mangelbewusstsein gewesen. In der Jugend schon? Ja, ja, das ist mir schon. Ah, spannend. Ja, ja. Und ich habe dann auch, ich habe sogar kurzzeitig mal drüber nachgedacht, Psychologie zu studieren. Und Gott, da hätte der Schnitt nicht gelangt. Aber ich war sogar mal in einer Psychologie-Verlesung. Ich habe mich auch immer mit dem Thema beschäftigt. Also immer wieder. Gab es denn irgendwelche Emotionen oder Gefühle, die in deiner Familie stattgefunden haben? Wut zum Beispiel. Sagen wir mal so, ein Vater, der hat seine ganzen Gefühle total unterdrückt gehabt. Und es hat so eine Situation im Urlaub gegeben. Da wollte er dann unbedingt heim. Und wenn er dann nicht heimgekommen hat, ist der total ausgeflippt. Aber der hat mit dieser Wut überhaupt nicht umgehen können. Das war dann total unsachlich. Und dann hat der Streit noch angefangen wollen, er hat es aber nicht gekonnt. Also es war eher peinlich für ihn. Wie bitter. Ja. Weil es gibt ja auch Familien, wo auch relativ wenig Gefühle erwünscht sind oder erlaubt sind. Und dann aber so ein, zwei Gefühle dominieren. Zum Beispiel, wenn dann irgendwo ein Choleriker dabei ist, Mutter oder Vater und die Kinder mit Angst reagieren. Dann hast du in diesen Familien hauptsächlich Wut und Angst, aber sonst drumherum nicht viel. Na ja, wenn wir zu dem hier kommen, meine Mutter, also ich bin ja mit Fähigkeiten ausgestattet worden. Und wenn der Bub das verweigert hat oder das nicht so mitgemacht hat oder sowas, dann ist halt der Druck erhöht worden. Und es ist dazu gegangen, dass ich halt geschlagen worden bin. Also da war schon Emotion auch da von meiner Mutter. Wut dann oder Ärger oder wie? Ich kann es nicht sagen, aber irgendeine Emotion muss da gewesen sein, sonst wäre es ja nicht übergriffig geworden. Ja, eine Hilflosigkeit ist da. Aber manche Leute machen das ja auch relativ kalt und berechnen, so ich muss dem Kind das jetzt beibringen. Das hat eine Freundin mal erzählt, die macht den gleichen Job wie ich und die hat dann erzählt, die hatte einen Vater vor sich sitzen, der gesagt hat, es tut ihm ja leid, dass er das Kind schlagen muss, aber er muss ihn ja abmachen. Aber das ist ja wirklich der allergrößte Blödsinn. Ja, natürlich ist es Blödsinn. Es war leid, mein Kind zu schlagen, also ein bisschen, er feilt es doch irgendwo. Das war eine Überzeugung, ich muss den doch hart machen fürs Leben. Wenn der so eine Memme ist, hat der es später schlecht. Ich muss den hart machen und hilft ja nichts. Muss man halt so machen, da war der total von überzeugt. Unglaublich, ja. Natürlich ist es Blödsinn, es funktioniert nicht. Natürlich funktioniert es auch nicht. Ich kann ja sagen, ich bin ja der, der geschlagen worden ist und ich kann es jetzt gar nicht ausdrücken. Es nimmt so viel Würde. Ja, es nimmt ja die Würde. Es macht unheimlich klein. Mir war das auch bewusst und ich bin, na gut, weil ich dann größer war, aber irgendwann haben wir zurückgeschlagen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Hast du dich gewährt irgendwann? Irgendwann habe ich mich gewährt, ja. Und dann hat es aufgehört? Dann hat es aufgehört, ja. Habt ihr da jemals drüber gesprochen? Ja, wir haben einmal drüber gesprochen. Also meine Mutter, die ist ja relativ früh verstorben und hatte ja auch diesen Krebs über ein paar Jahre. Aber wir hatten bevor, also in diesem Zeitfenster, von dem, wo ich erwachsen war, bis zu dem, dass es ein Krebs hat, das war nicht lang, dieses Zeitfenster, da haben wir einmal drüber gesprochen. Von dir aus? Ging die Initiative von dir aus? Ja, ja. Und? Ja, sie hat gesagt, sie hat damit nichts anfangen können. Sie hat das gemerkt, dass ich das nicht akzeptiert habe. Und irgendwie ist davor ausgegangen, dass ein Kind das zu akzeptieren hat anscheinend. Ist halt der Lauf der Dinge. Ja, mein Kind wird halt ein paar zu hergefurzt. Naja, es wird ihr vermutlich nicht anders gegangen sein, oder? Kann ich nicht sagen. Weißt du nicht. Aber durchaus möglich, ja. Naja, das sind Sachen, die muss man nicht erleben. Ne, haben aber Fehler, ne? Ja. Und nicht nur in der Vergangenheit gesprochen, ist ja auch heute noch. Deswegen gerade gut, wenn man darüber spricht, was das auslöst, was das für Folgen hinterlässt, dass es eben nicht nur eine Momentaufnahme ist, dass man sich in dem Moment, wo man geschlagen wird, scheiße fühlt. Sondern das hat ja Folgen. Ja, ja, natürlich. Ich denke mal, in irgendeiner Auswirkung spüre ich das halbstags immer noch. Das heißt, dass das ist ein mangelndes Selbstvertrauen oder irgendwie sowas. In manchen Situationen, dass du halt einfach das, was du willst, nicht durchsetzt oder auch nicht sagst. Weil du denkst, irgendwo jetzt kommt eine Sanktion, die natürlich nicht mehr kommt, nicht mehr kommen würde. Aber die Erinnerung ist ja in dir. Also das sind wirklich Sachen. Also wenn du als Kind geschlagen wirst, das muss man nicht erleben. Vielleicht sollten wir mal zurückgehen zu diesem frühkindlichen Liebesmangel. Weil wir mal ja grundsätzlich, was da sagen ist, wo wir auf jeden Fall schon mal darüber geredet haben, das nennt sich Narzissmus. Narzissmus gibt ganz schwammige Vorstellungen, aber im Endeffekt ist das genau das. Du hast als Kind das nicht bekommen, was du gebraucht hättest. Und ich bin vollkommen überzeugt davon, dass jeder Mensch narzisstische Anteile hat. Jeder geht natürlich anders damit um. Es gibt diesen gloriosen Typ, wo jeder meint, Narzissmus ist der, der irgendwo meint, müsste ich als allergrößte darstellen. Es gibt aber den Typen auch, das ist der vulnerable, also der verletzliche Typ, dem ich also eher entspreche, der sich dann zurückzieht. Und aber trotzdem irgendwo alles dafür tut, um irgendwo Liebe zu bekommen. Warte mal, damit ich mitkomme, du beziehst den Narzissmus jetzt auf dich, nicht auf deine Mutter. Auf mich, natürlich, ich rede ja von mir. Du meinst, dass deine narzisstischen Züge dann mehr ausgeprägt sind durch diese Kindheit? Da kommt es her, da kommt es her. Ja, weil das für unsere Zuhörenden, also narzisstische Veranlagung, das haben erst mal alle. Und ab einer bestimmten Ausprägung wird es halt pathologisch. Weil das ist gerade so in Mode zu sagen, der ist ein Narzisst und der ist ein Narzisst und so. Ja, 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 weil auch jeder wirklich narzisstische Anteile hat. Aber ich glaube nicht, dass das im Menschen direkt angelegt ist, sondern das ist was, was durch die Erziehung kommt. Ja, das würde jetzt eine philosophische Diskussion werden, aber das lassen wir. Ist wurscht, das gibt es auf jeden Fall. Naja, so in meinem Weltbild hat ja jeder erst mal alles an Möglichkeiten. Jeder kann dankbar und undankbar sein, fröhlich und traurig und so weiter. Und das meine ich jetzt mit Veranlagung, nicht irgendeine genetische Mutation oder was, sondern dass erst mal jeder diesen Samen in sich hat. Und ob der dann wächst und ausgeprägt wird oder nicht, das hängt viel vom Umfeld ab. Ich habe gestern einen Podcast gehört, fand ich wieder total spannend. Da ging es um Schizophrenie. In dem Podcast wurden Studien zitiert, wo auch gesagt wurde, dass Kinder, die in Familien aufwachsen, wo wenig Geld da ist, wenig Bildung, keine emotionale Nähe und so weiter. In so prekären Situationen halt, die aufwachsen, ist das Risiko, eine Schizophrenie zu erkranken, viel, viel höher. Fand ich total spannend, weil das ist ja nur wirklich eine heftige psychische Erkrankung. Und wie stark die auch vom Umfeld geprägt oder getriggert wird, war mir nicht klar. Na gut, aber wir kommen weg davon. Kehr mal zurück. Also du sagst, du hast dich wiedererkannt dann in diesem vulnerablen Narzissmus. Genau. Das heißt, ich mache sehr viel, um Liebe zu bekommen. Bis zur Selbstaufgabe. Das klingt jetzt wieder nach einer sehr erwachsenen Sicht. Wann hast du sowas festgestellt dann? Das wird dir ja nicht als Jugendlicher klar gewesen sein, oder? Gehandelt habe ich so, natürlich als Jugendlicher. Klar wird es einem natürlich erst später, wenn man sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, also die letzten zehn Jahre. Aber wie hast du dann weitergemacht? Als du dann als Jugendlicher dich mit Psychologie beschäftigt hast und gemerkt hast, Emotionen und du, ihr kennt euch nicht so gut? Was war denn deine Schlussfolgerungen oder deine Reaktion dann auf die Erkenntnis? Ich muss den Lieblingssatz meiner Mutter noch anbringen. Ja, bitte. Tu deine Pflicht, bis sie dir zur Freude wird. Ah. Also ich bin darauf trainiert worden, praktisch. Scheißegal, was ich darüber denke oder wie es mir geht. Ich ziehe das durch, was mir jetzt nicht immer gelungen ist. Also mein Studium habe ich leider nicht erfolgreich beenden können. Aber gut, ich bin dann in den Weinhandel gelandet, war zum Schluss auch selbstständiger Weinhändler. Also ein gewisser Erfolg war dann doch schon da. Das mit dem Abbruch von dem Studium, das hat auch dann mit meiner Mutter zu tun. Das war kurz nach dem Tod von meiner Mutter. Dann ist irgendwo die Energie draußen gewesen. Grinsel ein bisschen, weil auch spannend, aber du weichst aus. Was hast du als Teenie gemacht? Was habe ich als Teenie gemacht? Ich bin da total neugierig. Du hast die Bücher gelesen, du hast festgestellt, Emotionen und ihr seid euch nicht so bekannt. Also ich habe jetzt nicht, man hätte oder ich hätte eigentlich eine Therapie gebraucht. Ja. Aber hast du dann angefangen, dich zum Beispiel an Gleichheitlichen zu orientieren oder diese Gefühlssache so ein bisschen zu erforschen? Oder war das einfach nur eine Erkenntnis, ist so abgehakt? Naja, ich habe mich schon immer wieder mal mit Psychologie beschäftigt, aber auf einer intellektuellen Ebene. Und wenn du Bücher liest, wie die Psychologie so läuft, kannst du es nicht direkt umsetzen. Du musst es fühlen. Und das habe ich auch nicht gemacht. Aber fandst du das dann erstrebenswert oder hast du gedacht, oh, es ist ja praktisch, dass ich Gefühle nicht so doll habe? Sehr gute Frage. Weil die meisten lernen ja früher oder später jemanden kennen, der im anderen Extrem ist, der sich mit jedem Gefühl identifiziert und alles extrem auslebt. Und das ist ja für die meisten ganz schön abschreckend. Dann könnte man ja denken, oh gut, dass ich das Problem nicht habe. Ich weiß, dass ich lange Zeit niemanden ranlassen habe an mich. Das hat auch damit zu tun, dass ich mich einfach, ich habe mich selber nicht mögen. Und von dem her gehst du natürlich aus, weil wenn du das selber nicht magst, mag die anderen auch nicht. Waren das auch bewusste Gedanken? Irgendwann dann schon, ja. Irgendwann dann schon. Ich finde das so spannend, was man tatsächlich in dem Moment schon merkt und was jetzt aus Rückschau-Erklärungen sind. Weil ich das von mir selber so kenne, wenn es dann einmal klar ist, dann fängt es hier so an, Lücken aufzufüllen mit Erinnerungen und dann weiß man gar nicht mehr, was genau war denn jetzt, wann, wie, wo, echt. Das ist ja der Scheiß mit dem Leben, dass man es nur im Rückschau erklären kann, aber man muss das halt nach vorne leben. Andersrum wäre es besser. Vielleicht nicht so spannend. Ja, weiß nicht. Ach, ich glaube, dann würden einem viele Dummheiten entgehen, die ja durchaus Spaß machen können. Im Nachhinein, wenn ich meinem 16-Jährigen, ich das vermitteln hätte können, auch mal an Therapeuten aufzusuchen. Ich glaube, ich hätte mir in manchen Sachen viel, viel leichter getan. Das unterschreibe ich sofort. Viel, viel leichter. In dem Moment, wo klar ist, man kommt alleine nicht weiter, sich dann therapeutische Hilfe zu suchen. Ja, das muss aber erst einmal klar sein. Das ist mir also erst sehr viel später klar gewesen. Ich weiß auch nicht, ob das geht. Ich bin ja davor ausgegangen, ich habe mir gedacht, das durchdenke ich jetzt und dann checke ich das. Klar, dann hast du es begriffen und dann läuft. Genau, dann habe ich es begriffen und dann passt es. Dass man das durchfühlen muss, das war mir ja nicht klar. Dafür habe ich ja viel zu wenig Zugang zu Emotionen gehabt. Ich glaube tatsächlich auch nicht, dass man da als Jugendlicher so eben im Schnitt jetzt, es gibt Ausnahmen, aber im Schnitt von alleine drauf kommt, dass man da dann therapeutische Unterstützung braucht. Also da muss er dann auch fast irgendwo aus dem Umfeld, es müssen jetzt nicht die Eltern sein, aber irgendjemand muss da schon einmal einen Impuls geben oder einen Hinweis. Ja, da war niemand. Also es war in meinem, in der Familie war sowieso keiner, der da irgendwo mit Emotionen zugange war. Du sagst das auch so schön nüchtern. Ja, also in der Tat, also das mit dieser Pflichterfüllung, dass ich das kann, das finde ich eigentlich immer noch gut. Dass ich einfach Sachen durchziehen kann, auch wenn das Gefühl dagegen spricht. Manchmal ist das sehr hilfreich. Ja, ja, das war bestimmt auch der Erziehungsgedanke dahinter. Ja, ja, ja. Und irgendwann einmal habe ich auch eine Frau gefunden und wir haben eine Familie gegründet und dann habe ich ja gearbeitet und da war eine Selbstständige und irgendwann einmal legt da dein Kopf das aufs Paket und sagt, beschäftige dich damit. Und dann habe ich angefangen, mich mit diesen Emotionen zu beschäftigen. Das war also schon vor der Trennung. Warten wir ganz kurz noch einen Schritt zurück. Wie findet man ohne Emotionen eine Frau? Heiratet, kriegt Kinder und gründet eine Familie. Wie geht das? Wo ist das Problem? War deine Frau emotional genauso sparsam unterwegs oder wie habt ihr das geregelt? Ja, ja, mehr oder weniger. Ein stark narzisstischer Typ. Das heißt, da fehlen mir die Worte. Ist das dann auch eine Vernunftsentscheidung? Wir passen gut zusammen, der nächste Schritt steht an, machen wir halt jetzt mal. Oder wie? Naja, du bringst halt dann Zeit miteinander, es passt und denkst, ja, ich könnte mal heiraten. Sehr pragmatisch. Ja, so schlimm war das nicht. Ich sage ja gar nicht, dass das schlimm ist, aber in meinem Kopf ist das gerade sehr witzig. So, per Handschlag besiegelt, weißt du? Das klingt jetzt vernünftig. So war es jetzt auch wieder nicht. Du warst schon verliebt. Ja, man war schon, natürlich war man verliebt. Mann war verliebt. Ja, ich bin ja Mann. Ja, aber du hast die ganze Zeit von dir geredet und jetzt verallgemeinerst du. Ja. Ihr Lieben, ihr merkt, wir kennen uns, wir dürfen das. Ein bisschen frotzeln. Okay, und dann hast du gemerkt. Der Freit war es. Das war es. Wo du sagst, das Leben gibt es ja dann, irgendwann wirft es das aufs Tablett. In dem Moment, wo du gemerkt hast, das ist ein Mangel. Genau, da ist ein Mangel, da musst du dich noch mit beschäftigen. Und ich habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen, auf einem sehr niedrigen Level damals noch. Und ich bin davor gestanden und meine Frau ist in eine ganz andere Richtung gegangen. Und das hat dann im Endeffekt zur Trennung geführt. Wie alt waren deine Kids, als ihr euch getrennt habt? Ich glaube, der Klo war sechs. Und dann haben wir da große dann zehn. Wie ging es denn dir mit deinen Kindern? So in der Vaterrolle? Mit Gefühlen? Weil von deinen Jungs redest du ja immer sehr liebevoll, sehr stolz. Ja, sehr stolz. Also mir ist ungefähr ein Vierteljahr richtig scheiße gegangen. Also richtig scheiße gegangen. Nach der Trennung jetzt oder vorher? Nein, vor der Trennung. Vorher. Und bevor ich ausgezogen bin und bevor ich ausgezogen bin, habe ich die Kinder auf die Zeit genommen. Ich habe gesagt, dass es nichts mit ihnen zu tun hat. Ob das ankommt, weiß ich nicht. Und ich habe auch danach versucht, immer viel Kontakt zu haben mit ihnen. Und ich bin helfer, wo es hat gut funktioniert. Obwohl es zwischendrin schon mit dem Kleinen sehr schwierig war. Aber da hatte ich so von außen, und wir haben uns ja jetzt auch immer nur in Etappen gesehen, aber da hatte ich den Eindruck, dass du es mit Gefühlen deinen Jungs gegenüber leichter hast, als in allen anderen Bereichen. Zumindest ist da bei mir immer angekommen, dass da einfach eine Liebe da ist. Ja, für alle Fälle, ja. Und das ist spannend, dass das in dem Bereich ging. Ja, ja. Weil das war wirklich, also seit ich mich erinnere, dass wir uns kennen, von deinen Jungs hast du immer mit einer ganz großen Wärme gesprochen. Ja, ja. Also als ob das Herz da automatisch aufmachen darf. Ja, das ist immer auch ganz wichtig. Ja, ja, darf. Und das ist ja auch gar nicht so unüblich, dass Leute, die relativ sparsam emotional erzogen werden, in einer Mutter- oder Vaterrolle eine Ausnahme machen können. So als ob da im Kopf irgendwo eine Schublade ist. Kinder darf man lieben. Denen darf man das auch mal zeigen. Als ob das manchmal so ein Ausweg ist aus dem Ganzen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Naja. Ja, ist doch optimistische Sicht. Ja, ist auch ganz praktisch. Ja, nicht nur das, aber das ist doch irgendwie, ist doch schön sowas. Ja, ja. Ja, also dann bin ich praktisch von zu Hause ausgezogen, bin, habe mich dann in einen Einzimmer-Apartment, eingemietet, und dann stehst du dann dort und denkst dir, für was lebst du denn jetzt eigentlich noch? Also da fühlst du dich so richtig, weil da runter geht es nicht mehr. Na ja, und dann habe ich angefangen eben, dann bin ich zu dir gegangen. Also wir haben, muss nur dazu sagen, am Ende der Ehe habe ich meine Frau dazu gebracht, mit mir zu einer Paartherapie zu gehen. Und das war so die erste Therapie eigentlich, die ich gemacht habe. Und ich habe die dann nach der Trennung nur ein bisschen weitergeführt. Dann bin ich bei dir gewesen und hast du irgendwann mal gesagt, äh, probier es doch mal mit Aufstellungen. Aufstellungen, kann doch nicht funktionieren. Ja, siehe da, es hat dann doch funktioniert. Also irgendwo fühlst du dann doch was. Und das ist auch auch der Grund, warum ich so gerne bei Aufstellungen dabei bin, weil du einfach dich diese Zeit, diese zwei, drei Stunden oder vier Stunden, die du das machst, einfach nur mit Emotionen beschäftigst. Und du in dir diese Resonanz auf diese Emotionen, die im Raum sind, eigentlich hast. Und du lernst so wahnsinnig viel über dich dadurch kennen. Ja, und das auf einem relativ ungefährlichen Weg, weil es geht ja eigentlich um die Aufsteller. Ja, dann habe ich angefangen mit Psychotherapie. Das müsste ungefähr 12 gewesen sein. 2012. 2012 müsste es gewesen sein. Und ich mache auch seitdem Therapie. Mit welchem Ziel bist du da denn dort aufgeschlagen? Dass es mir besser geht. Also jetzt würde ich sagen, mein Ziel in der Therapie ist einfach, dass ich diesen ganzen Rucksack ablege, den ich durch meine Kindheit mitbekommen habe. Dieses mich anderen Leuten auszuliefern, sage ich jetzt mal. um Liebe zu bekommen. Also positiver formuliert, du möchtest Nähe zulassen, aber Grenzen setzen können. Genau, ja. Magst du unseren Zuhörern dünn ein bisschen teilhaben lassen, was du so ausprobiert hast? Weil du hast ja in unheimlich viele Richtungen mal geschnuppert, ne? Ja, also es gibt natürlich wahnsinnig viele Bücher, die sich mit Selbstheilung, sage ich jetzt mal, beschäftigen. Ich hätte auch zwei Empfehlungen, die sage ich danach, und die kannst du dann vielleicht irgendwo verlinken. Sag mal gleich, sonst vergessen wir es. Ja, der Helwig, also Mike Helwig ist ein Hamburger Therapeut, den man es auch richtig deutlich ansieht, wie emotional oder wie angeschlagen der ist von seiner Kindheit. Eine Methode nennt sich irgendwie, glaube ich, radikale Erlaubnis. Da geht es immer auch sehr stark durch das innere Kind. Das innere Kind sind praktisch die eigenen emotionalen Anteile, Anteile, die eben dadurch, weil man keine Emotionen fühlen hat, dürfen nicht gereift sind als Kind. Und die Aufgabe, und das meine ich jetzt auch tatsächlich ich selber, die Aufgabe, die man im Leben hat, dieses innere Kind, diese Emotionen zu nehmen, dieses Kind einfach zu lieben und diese Emotionen auch anzunehmen. Also ein Stück weit das nachholen, was die physischen, tatsächlichen Eltern verpasst haben. Ja, also wenn du, was viele Leute auch machen, ist, wenn du die Liebe jetzt, sagen wir mal, bei einem Partner suchst oder sowas, wirst du immer scheitern. Klar, weil kein Partner Elternliebe geben kann. Wenn du nicht die Liebe in dir selber hast, wenn du dich nicht selber lieben kannst, hilft dir der beständigvollste Partner nichts. Das ist Tipp 1, Mike Helwig. Das andere, Kalte Kindheit heißt das, gibt es den, glaube ich, englische Autorin. Art, das weiß ich nicht, aber der Titel sagt mir was. Sehr, sehr gut. Kalte Kindheit. Ich suche es euch raus und verlinke es euch, ihr Lieben. Da kannst du dir, also das, was ich da gemacht habe, ist praktisch diese, was machst du, um auf diesen Liebesmangel zu reagieren, also dass du das erarbeitest, diese Überlebensstrategien, kann man sagen, die du dir als Kind irgendwo zurechtlegst, kannst du dir da erarbeiten, und das ist eigentlich ein sehr gutes Buch in die Richtung. Dann gibt es noch Susan Vorwart, die ist zum Beispiel auch ziemlich gut. Kannst du an deine Eltern Briefe schreiben? Sehr entlastend. Wo du ja vom Schreiben so begeistert warst. Überhaupt nicht, aber das habe ich tatsächlich ein paar Mal gemacht. Bei mir ist also meine Aufgabe, oder meine aktuelle Aufgabe, an der ich momentan dran bin, dass ich in Dialog mit meiner Mutter tritt. Weil ich das immer, ich wirfe das ihr immer noch vor. Ach so, echt? Du wirfst ihr noch vor? Obwohl du weißt, dass es nicht anders konnte? Ja. Ich werfe ihr aber vor, dass sie es nicht eingesehen hat. Also dass sie diesen, obwohl sie es irgendwo ja gesehen hat, also gerade kurz vor ihrem Tod, trotzdem sagt sie, es hat mir leid getan. Also du hättest dir eine Entschuldigung gewünscht? Sie hat sie irgendwo entschuldigt. Warum reicht es nicht? Was hat dir gefehlt? Da muss ich nachschauen. Und da bin ich jetzt momentan dran. Weil das Problem ist, wenn du immer noch deiner Mutter was vorwerfst, oder der Person, in den meisten Fällen wird es wahrscheinlich der Vater sein, bei mir sagt die Mutter, wenn du dieser Person immer noch was vorwerfst, bist du mit dieser Person verbunden, kannst du nicht erwachsen werden. Genau, du bleibst ja immer in der Kinderposition. Genau, bist immer in der Kinderposition. Welche Art von Therapie hast du gemacht? Als Verhaltenstherapie oder Psychoanalyse? Sagen wir uns ehrlich, gehst du einen guten Psychologen oder sowas, die beschäftigt sich mit allem. Also zuerst war es eine Verhaltenstherapie, jetzt ist ein Gespräch, also Tiefenpsychologie. Im Endeffekt mache ich das Gleiche. Und was ich immer sehr gut finde, wenn ein bisschen ein Körpertherapieanteil dabei ist, weil einfach Emotionen sind ja nicht irgendwas, was im Kopf stattfindet, sondern das befindet im ganzen Körper statt. Und Emotionen, mir läuft jetzt gerade einen kalten Buckel runter, das ist ein Gefühl. Und wenn du solche Sachen deuten hast, dann hast du einen viel direkteren Zugang zu deinem Gefühl. Das ist genau das, was du vorher gesagt hast. Anfang hast du es versucht, intellektuell zu begreifen und es ist halt ein Unterschied, ob man es nur versteht oder ob man es dann auch begreift. Und was auch noch ganz wichtig ist, dass man kapiert, dass eine Emotion einfach da ist. Und viele sagen, Emotionen ist das scheiße, das ist Wut, will ich nicht, Angst will ich nicht. Will ich ja gar nicht. Aber die Angst ist ja, die ist ja nicht per se schlecht, sondern das ist das, wie wir über die Angst denken, was die Angst schlecht macht. Und es ist auch so, wenn du dann öfter in die Angst reingehst oder sowas, die geht nicht weg dadurch, soll sie ja auch gar nicht, sondern du kannst besser damit umgehen. und es ist doch besser, mit der Angst umgehen zu können, als dass die Angst mit dir umgeht. Oh ja. Oh ja. Du hast noch andere Sachen ausprobiert, ne? Weißt du, dass du irgendwann erzählt hast, so als wärst du zehn Tage ins Schweigeretreat. Oh ja. Das war für mich ganz wichtig. Vipassana. Vipassana ist eine buddhistische Methode, da wirst du buddhistischer Mönch, ich habe das buddhistische Mönchgeliebte abgelegt. Echt? Ja, ja. Das gehört dazu. Das wusste ich gar nicht mehr. Ja, das ist total spannend. Und da gehört dazu, du darfst nichts Schlechtes sagen. Und da du das als europäischer Mensch, der den Buddhismus nicht gewohnt ist, sowieso nicht kannst, sprichst du eigentlich gar nichts. Also du darfst nichts reden. Und das machst du mal zehn Tage. Und du meditierst den ganzen Tag. Wir haben sechs, sieben Stunden meditiert jeden Tag. und das bringt das Gehirn dazu, sich mit sich selber zu beschäftigen. Und also bei mir ist da das erste Mal auch die Erlaubnis gekommen, zu sagen, ich hatte keine schöne Kindheit. Wenn es mich davor gefragt hat, hätte ich gesagt, ich habe eine super Kindheit gehabt. Wir haben alles gehabt. Aber dass mir die Liebe abgegangen ist, das war mir gar nicht bewusst. Das ist mir da das erste Mal bewusst geworden. Spannend. Das war wann? Vor zehn Jahren? 2011. Ja, und dann bin ich seit 2013 in einer PESO-Gruppe trainiert. Das musst du auch erklären, bitte. Ja, PESO ist ein amerikanischer Therapeut, der nicht aus der Psychologie kommt, sondern der eigentlich Trainer für modernen Ausdruckstanz war und gemerkt hat, dass seine Tänzer, die er erschult, manche Sachen nicht ausdrücken können. Und dass die, wenn du ihnen einen Partner gibst, der sie spiegelt, dass sie es dann können. und über diese Art, ein Form, Passform nennt sich das bei PESO, hat er eine Therapiemethode entwickelt und da geht es eben sehr stark um den Körper halt auch, was du im Körper, in der Spannung, in der Gestik und so ausdrückst. Das heißt, das ist immer Gruppenarbeit? Naja, das ist wie Aufstellung im Endeffekt. Da nennt sich Struktur, aber es ist im Endeffekt sowas wie Aufstellung. Und es geht sehr intensiv und es geht auch gar nicht darum, das zu bearbeiten, was war, sondern eine Möglichkeit, Sphäre zu schaffen, wie es sein könnte. Es gibt so viele coole Werkzeuge. Also es ist wirklich, also das ist, das funktioniert wirklich super. Also das bringt dir eigentlich jedes Mal, also ich bin da zweimal im Jahr, das ist immer so Workshop, drei Tage, vier Tage, mittlerweile sind es vier Tage. Da schwimmen wir sehr intensiv. Wobei man denkt, vielleicht ist das einfach das, dass man sich intensiv mit seinen Emotionen beschäftigt, das, was dir weiterbringt. Ich finde schon, dass eine Gruppendynamik nochmal was anderes ist, als wenn man es alleine macht. Weil du ja permanent eine Rückkopplung hast. Du kriegst immer eine Antwort, immer eine Resonanz. Deswegen mache ich ja Therapie. Also im Endeffekt arbeite ich ja selber und gehe halt regelmäßig zum Therapeuten und erzähle mir, was ich mache und der gibt mir dann eine Rückantwort und bringt mich halt auf irgendwelche neuen Wege. Das ist genau das. Machen musst du sowieso immer selber. Ja, ja, klar. Ich habe es ja schon öfter gesagt, er soll es für mich machen, aber er will nicht. Netter Versuch. Wie hat denn dein Umfeld so darauf reagiert? Wir haben das ja auch schon öfter besprochen, auch hier im Podcast, dass es meiner Meinung nach für Männer tatsächlich immer nochmal ein bisschen schwieriger ist, da so die Komfortzone zu erweitern. Das ist aber, wie du sicher auch selber weißt, eigentlich ein Klischee? Jein. Ja, auch im Vergleich zu Kollegen habe ich ja von Anfang an relativ viele Männer auch mit dabei gehabt. Aber erfahrungsgemäß tun die sich häufiger schwer, das in ihrem Umfeld auch zu teilen als Frauen. Ich habe mal hier einen sitzen, irgend so ein hohes Tier von Siemens, der gesagt hat, er fährt extra schön weit weg, damit es keiner in seiner Umgebung mitkriegt. Und die sind dann irgendwann mal draufgekommen, dass der mit Kollegen geredet hat und dann hat der schon mal eine Aufstellung gemacht und der war bei Therapie. Also die haben das alle gemacht, aber es wusste keiner voneinander. Ja, genau. Und dann redest du mal mit Männern oder sowas und wie viel, erst einmal wie viel depressiv sind und schon irgendwann mal Probleme gehabt haben, also in meinem Umfeld. Ich denke mal, jeder Zweite, wenn es gelangt. Und die andere Hälfte jetzt nötig. Depressiv zu werden, oder was? Nee, eine Therapie zu machen. Allein, wenn ich meinen Bruder umschaue. Ja, ja. Ja, wir hatten ja hier vor kurzem auch das Thema Suizid und der Psychologe, mit dem ich das Interview geführt habe, hat auch gesagt, dass von den Menschen, die sich umbringen, sind dreiviertel Männer. Ja gut, das liegt aber daran, dass Männer einfach zielgerichtet sich umbringen versuchen und die sind erfolgreicher. Das ist deine Theorie. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Dann lassen wir das mal so stehen. Ja gut, das ist natürlich, wenn man sich selbst versucht umzubringen, also sich zu suizidieren, das ist auch noch für so ein Hilfeschrei. Außer, es gibt ja diese Alterssuizide und die sind ja nicht gerade selten. Da kann man es ja irgendwo auch verstehen, wenn man sagt, ich kann nicht mehr selbstbestimmt leben. Ja, wenn man jetzt irgendwelche Diagnosen bekommen hat und das nicht abwarten möchte. dass man es dann beendet. Bis man gar nicht mehr selbstbestimmt handeln kann. Was würdest du jetzt aus heutiger Sicht sagen, was dir da in vielen Jahren Selbstbeschäftigung und Auseinandersetzung mit Emotionen gebracht hat? Viel mehr Freiheit. Freiheit zu denken. Erklär mal ein bisschen genau. Das ist es wert. Ja, ich sehe dich schon, wie du grinst. Ja, ich bin seit seit Kürze schwer verliebt und ich bin ganz fest überzeugt, also ohne der Beschäftigung mit den Emotionen wäre mir das nicht passiert. Ganz einfach. Ja, ich kann mir das dümmliche Grinsen nicht verkneifen, weil dir fliegen die Herzchen so aus ihrer Pore. Das ist voll schön. Wie würdest du nur sagen, dass sich deine Kindheitsprägung auch deine, naja, deine Erfahrung mit deiner Mama als erste prägende Frau so auf dein Beziehungsleben ausgewirkt hat? Weil jetzt, das ist ja die Ernte von all deiner Arbeit, ne? So, aber vorher? Ich habe immer eine starke Frau gesucht und komischerweise selten gefunden. Das sind immer bloß die Fassaden. Jetzt hast du offensichtlich schon eine starke Frau gesucht und gefunden. Was ist denn der Unterschied jetzt? Der große Unterschied ist eigentlich der, dass wir uns alles sagen können und auch alles sagen und dass jeder vom anderen weiß, dass er dadurch angenommen wird. Die Prägungen die noch so übrig sind, die sind nicht weg, aber man kann bewusster... Die sind nie weg, die sind nie weg. Ich werde immer deine narzisstischen Neigungen haben beziehungsweise ich werde immer diese Sehnsucht nach Liebe haben und auch viel dafür tun. Aber meinst du nicht, dass die sich erfüllen lässt? Wenn du eine Partnerin auf Augenhöhe hast, wo du so diese Gleichwertigkeit reinbringst, dass sich beide fallen lassen können, beide stark sein können, beide schwach sein können. Ja, das ist das. Beide können stark sein, beide können schwach sein. Also wo du genau das erlebst, was dir gefehlt hat, nur halt nicht nicht mehr von der Mama, logisch, aber du hast ja gelernt, deinem inneren Kind selber, ich sage jetzt mal ganz pathetisch, der Fels in der Brandung zu sein und aber dieses Angenommensein, dieses Gesehenwerden, was dir immer gefehlt hat, kannst du ja jetzt in einer ganz anderen Art leben mit ihr. Ja. Ich glaube schon, dass sich da irgendwann, wie soll ich sagen, Heilung klingt so groß, aber dass sich eine Sehnsucht stillen lässt und dass dann, sagen wir, die inneren Dämonen gebändigt werden können. Ja. Weißt du, dass es nicht ganz weg ist, aber der Hunger verschwindet so. Ja, ja, also ich meine, wie gesagt, das ist wirklich ganz frische Liebe. Mhm. Das war echt wie Reinspringen. Unglaublich. Reden wir da vielleicht in einem halben Jahr darüber und ja, wäre schön, ja. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich hundertprozentig geht, aber zum großen Teil, ja. Ja, du beweisst ja immerhin schon mal mit neuen Erfahrungen, dass mehr möglich ist, als du zu vielen Phasen deines Lebens für möglich gehalten hast. Bei mir kommt natürlich die Aspekte auch noch dazu, das zulassen zu können. Das ist nicht so einfach. Also für mich ist es nicht einfach. Also ich habe Frauen gegenüber, ja, ist das jetzt nur Frauen gegenüber, ich glaube schon, schon ein gewisses Misstrauen. In der Familie gibt es nur starke Frauen, also meine Herkunftsfamilie, nur starke Frauen und schwache Männer. Empfindest du deine Jungs als schwache Männer? Meine Jungs? Mhm. Eigentlich nicht, aber ich empfinde da auch beides. Aber das ist ja gesund, wenn beides da sein kann. Ja, ja. Weil ein Ziel dieser schwarzen Pädagogik war ja tatsächlich aus Männern gute Männer, gute Soldaten zu machen. Ich wollte jetzt keine Indianer haben als Kinder. Keine starken Soldaten. Nee, nee. Ja eben, also dann ist es doch gut, wenn die beides sein können. Es geht ja darum, um diese Gleichwertigkeit, eben nicht drüber zu stehen oder sich unterordnen zu müssen. Und ich versuche, das sind ja keine Kinder mehr, sondern für junge Erwachsene ist es natürlich wahnsinnig schwierig. Da sind so viele Anforderungen da, was die machen müssen. Und dann noch, sagen wir mal, jetzt hör mal auf deine Emotionen. Ich weiß nicht, was sie darüber sagen. Sie hören es halt von mir. Aber mehr kannst du auch gar nicht machen. Vorbild sein. Ja, natürlich. Mehr als Vorbild sein geht doch für Eltern eh kaum. Du redest und redest und machst, aber was Gegenteiliges werden die Kinder sich das aneignen, was du machst, nicht was du gesagt hast. Ja. Ja, ist doch cool. Sie werden ein anderes Vorbild kriegen und damit wieder die Chance haben, so ein Muster, was mehrerer Generationen geht, auch zu durchbrechen. Das ist ja meine Liebensaufgabe. Naja, haben wir Zeit. Nein, also das ist tatsächlich, also wenn du mich fragst, warum geht es mir so gut? Ich bin ja, sagen wir mal, Gott sei Dank finanziell sehr gut versorgt. Warum es mir so gut geht, das liegt daran, dass ich eine Lebensaufgabe habe, die zu erfüllen habe. Und zwar diese Generationenreihe, sowohl vom Vater wie auch von der Mutter zu unterbrechen. Zieht dein Bruder mit? Na, leider nein. Nicht empfänglich. Leider nein. Nein, an dem geht es wirklich nicht gut. Ja, jede Familie braucht irgendwann einen Pionier, ne? Der anfängt sich bewusst zu beschäftigen und Muster zu durchbrechen. Sonst geht es halt so dahin. Da bin ich nicht der Einzige, also da bin ich wirklich sehr optimistisch. Also ich sehe das auch nicht so, dass das wirklich überwiegend die Frauen machen, sondern es sind auch die Männer. Ja, ich meinte auch vorher gar nicht, dass Männern diese Arbeit schwerer fällt als Frauen, sondern dass ich den Eindruck habe, es fällt Männern schwerer, sich zu vernetzen und drüber zu reden. Das wird viel, viel besser. Es gibt inzwischen auch echt einen Haufen coole Männerkurse oder so Männercamps oder so. Ich habe aus meinem Freundeskreis auch schon welche mitgemacht, was total cool ist. Also da gibt es in den letzten Jahren unheimlich viel. Ja. Ich zögere gerade, weil ich überlege, ob das jetzt mal ein Klischee ist. Nee, glaube ich nicht. Es ist ja schon so, dass Mädchen von Kindheit an eher, weiß ich nicht, mal mit ihren Freundinnen Arm in Arm gehen dürfen. Also sie dürfen mehr Körperkontakt haben, ohne dass gleich jemand schreit, öh, lesbisch oder so. Wenn Jungs kuscheln, die holen sich viel schneller einen blöden Kommentar ab. Nee, klar. Oder wenn Mädchen weinen, ist es akzeptierter, als wenn Jungs weinen ab einem bestimmten Alter. Ich finde, dass da viel passiert. Das wird besser. Ja, ja, das wird besser. Auf alle Fälle. Aber es ist eine relativ junge Entwicklung. Da steckt wahrscheinlich bei uns die ganze Nazi-Zeit auch noch drinnen. Ja, genau. Na, dass einfach über doch relativ viele Jahre aus Jungssoldaten gemacht werden sollten. Ja, klar. So war die Erziehung. Ja, deswegen hat es ja diese schwarze Pädagogik auch gegeben. Genau. Und bis man das wieder rauskriegt, auch aus den Frauenköpfen, die ja für die Erziehung zuständig waren, das dauert halt ein Stück. Wobei, diese schwarze Pädagogik gehören wir nicht von den Nazis, sondern die hat es ja davor schon gegeben. Ja, genau. Die haben sich das zu eigen gemacht. Das ist ja dann weitergeführt. Und das ist aus diesem ganz, ganz schrägen 19. Jahrhundert kommt das. Die Nazis haben sich ja viel angeeignet, was sie nicht selber erfunden haben. Ja, ja. Ja, sonst hat es ja nicht funktioniert. Da war vieles schon da. Und vieles schon in der Gesellschaft. Ja. Was ist denn dein Fazit jetzt aus deinen letzten Jahren? Leid, beschäftigt es euch mit euch. Beschäftigt es euch mit euren Emotionen. Es wird euch besser gehen. Das können wir so stehen lassen, ja? Ja. Und es ist nicht einfach. Es ist harte Arbeit. Definitiv. Aber es ist halt auch nicht einfacher, wenn man es nicht macht. Nein. Weil man dann viel gefangener ist in sich. So wie es ich sehe, hast du eh keine Möglichkeit. Also wenn du das nicht machst, geht es dir immer schlechter. Weil die Emotionen wollen gelebt werden oder die wollen gefühlt werden. Wenn du die unterdrückst, das geht nicht. Du kannst Emotionen nicht unterdrücken. Es gibt doch dieses schöne Bild von dem Ball, was man unter Wasser drückt. Ja. Sobald du eine Sekunde unaufmerksam bist, ploppt er halt hoch nach dem Haßen im Gesicht. Und deswegen, man kann schon echt lange und viel unterdrücken, also sich gut betäuben, gut beschäftigen. Aber irgendwann, und da bin ich sehr bei dir, kommt es auf der einen oder anderen Seite hoch. Ja. Und deswegen, ja, ist durchaus oder kann durchaus sehr anstrengend sein, sich damit zu beschäftigen, ist aber immer noch besser, es bewusst und selbstbestimmt zu machen, als sich seine eigenen Gefühlen und Emotionen so auszuliefern. Ich meine das ernst, das ist wirklich eine harte Arbeit. Wir sind ein Mutmach-Podcast. Du musst noch dazu setzen, aber es lohnt sich. Aber es lohnt sich. Sehr gut. Nein, nein, auf alle Fälle. Nein, Quatsch. Ja, das hast du. Also ich hätte momentan nicht dieses Leben, was ich jetzt habe. Mir würde es nicht so gut gehen, wenn ich jetzt nicht irgendwie zehn Jahre dann gearbeitet hätte. Ganz klar. War auch nur Spaß. Das ist ja sehr deutlich geworden, dass sich das für dich total gelohnt hat. Schön. Ja, dann vielen Dank für deinen Mut, für deine Überwindung. War mir eine große Freude. Gerne. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr werdet es tatsächlich auch hören. Ich freue mich noch eine Runde mit über deine Verliebtheit. Ich schmachte sehr. Das ist so schön. Hast du dir verdient? Glaube ich auch. Cool. Und ihr Lieben, wenn ihr euren Senf dazugeben wollt, Nachfragen habt, Feedback geben wollt, wie immer könnt ihr das tun über Facebook oder Instagram, die Profile der Mutmachgespräche. Dann bin ich schon gespannt, was Sophie so sagt, was wir uns für den Erklärbeier rausholen. Weil mich schwarzer Pädagogik durchaus reizt. Mal gucken. Ihr könnt auch gerne schreiben, auf was ihr so Lust hättet. Narzissmus ist ein interessanter Punkt. Stimmt. Ja, schreibt mal, was euch lieber wäre. Wir warten auf Feedback. Gut, dann dir vielen Dank und euch alles Liebe bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020